Einblick in eine Tag-Nervenkitzel im Offroad-Camp. Oktober 2021 Les Grandes Grandes im Burgund, organisiert von Black Forest Powersports. Das Leben erwacht um uns und in uns. Ein deftiges Frühstück bei Musik und dröhnenden Generatoren, während die Fahrzeuge in der Morgensonne warten. Ein ordentliches Briefing zum Schutz vor uns selbst, denn die Strecke lockt. Vorbereitungen laufen, die Spannung steigt und die Technik ist geballt. Die Nerven sind gespannt und das Gelände ist bereit. Die Nerven sind 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 bereit. Oh, oh, bury me, carry me Oh, oh, fire beneath Oh, oh, fire and water me Coming down deep Saying, oh, oh, bury me, carry me Oh, oh, fire beneath Oh, oh, fire and water me Waves me, we can't see you Schnell ist nicht schnell genug Selbst die beste Technik findet ihre Grenzen in diesem Gelände Das einzige, was keine Grenzen kennt, ist der Spass Oh, oh, fire beneath Oh, oh, fire and water me Going down deep Singing, oh, oh, bury me, carry me Oh, oh, fire beneath Oh, oh, fire and water me Watching me think Hear me think Nach einem langen Tag Etwas Theorie Um noch mehr aus den Fahrzeugen herauszuholen Wir müssen tatsächlich immer wieder an die einzelnen Teile tauschen Und einzelne Federn bestellen Oh, oh, bury me, carry me Aber nun genug für heute Morgen ist auch noch ein Tag Oh, oh, fire and water me Going down deep Down to the river